Hallo Welt! Da sind wir hier zum ersten Mal mit Red Dead Redemption 2 und wir spielen das Spiel. Okay, Sheriff, hier sind sie. Tell the Marshal, this ain't how we do things here, but I'll oblige him this once. Alright, let's see what we got. Spielfigur auswählen. Oh ja. Oh Gott. Einen Namen dürfen wir eingeben, natürlich. Lucrezia, ich denke das reicht, wir brauchen nur einen Namen. Und das Erscheinungsbild. Alles zufällig. Die Abstammung. 20 haben wir zur Auswahl. Oh, das sieht alles sehr interessant aus. Take the time and get this right. Ah ja. Ich verstehe. Etwas grimmig. Sehr grimmig. Okay, das Feintuning kommt wahrscheinlich dann noch. Ja, ich denke das lassen wir dann erstmal. Den Hautton können wir bestimmen. Ja, ich denke mal so sonnengebräunt. Es ist ja der wilde Westen, also können wir ruhig sonnengebräunt bleiben. Das Alter, unsere Lucrezia ist jung. Ich weiß ja nicht, ob man im Titel auch noch altern kann. Und der Körperbau athletisch hätten wir hier. Drehen können wir das? Okay. Durchschnittlich. Stimmig. Muskulös. Schlagsig. Athletisch. Ah. Wir nehmen durchschnittlich. Die Augenfarbe ist relativ schnell gemacht. Unsere Lucrezia hat grüne, smaragdgrüne Augen. Aber wir gucken uns... Wir gucken uns die Farben natürlich ein. Mal an hier. Was es da zur Auswahl gibt. Ja, da sind ja einige hübsche Sachen dabei. Aber wir bleiben bei grün. Okay. Die Augenbrauen sind natürlich buschig. Gez... Gezupft. Aha. Voll. Oh, hauaha. Getrimmt. Und in Form gebracht. Dicht. Flaumig. Und natürlich. Ich denke, getrimmt könnte schon passen oder in Form gebracht. Na, wir bleiben bei getrimmt erstmal. Dann Augen und Stirn. Unbesorgt. Neutral. Eng. Weit. Zusammengezogen. Und unbesorgt. Neutral. Zusammengezogen nehmen wir. Okay. Eine Nase können wir auch machen. Eine schöne Hakennase. Oder neutral. Schmal. Ah, nee. Ja. Ja. Breit ist... Ja, breit ist schon eher was. Die Stupsnase. Och. Ja. Also entweder Stupsnase oder neutral. Nun nehmen wir die Stupsnase. Okay. Von vorne sieht das ein bisschen zu stupsig aus. Aber egal. Wir lassen das mal so. Dann haben wir beim Mund hier den Überbiss. Den Unterbiss. Neutral. Ja, ich denke neutral. Dünn. Oh, voll. Okay. Oder Überbiss wieder. Ja, wir nehmen voll. Und Kiefer und Kinn. Kantig. Neutral. Und breit. Schmal. Schmal. Fliehend. Tatsächlich. Da haut alles ab. Kantig. Achso. Das geht wieder von vorne los. Neutral. Breit. Nehmen wir breit. Und die Ohren können wir klein gestalten. Große Ohren. Abstehende Ohren. Tatsächlich. Ja. Nett. Neutral. Groß. Und kleiner geht es wieder von vorne los. Ich denke neutral wäre hier glaube ich ganz gut. Die Wangen können wir eingesunken machen. Oder voll. Hoch. Breit. oder neutral. Eingesunken. Voll. Breit. Voll breit. Ich sehe. Okay. Nehmen wir voll. Okay. Die Zähne. Können wir die Beißer hier auswählen. Oder vergoldet. Eieieiei. Völlig abgenutzt. Niedlich. Landei. Lang verstorben. Na zeig mal deine Zähne. Ja. Ah ne. Zahnfleisch. Oh. Das hat ja auch was. Okay. Da können die Zähne nicht mehr ausfallen. Bauerntrampel. Auch gut. Wir nehmen die Beißer. Okay. Dann können wir noch die Haare anpassen. Auswählen. Und wir haben die Möglichkeit zwischen Zöpfe. Unordentlicher Zopf. Aha. Zu wählen. Und kurzer natürliche Afro. Haarknoten aus Kräuselhaar. Ja. Und Pompadour. Oh la la. Haarknoten mit Locken. Gelockter Pferdeschwanz. Gekämmte Stufen. Ja das hat was. Aber ich denke wir nehmen die Zöpfe hier. Das sieht ein bisschen indianisch aus finde ich. Und die Haarfarbe. Auch da können wir was anpassen. Hier 6 gefällt mir. Schon auf Anhieb ganz gut. Etwas rötlich. Etwas gräulich. Oh das ist doch gut. 9. Und das hat auch was. Blond. Braun. Nochmal so rot. Ins rote gehend mehr. Ja ziemlich grau schon. Und wieder von vorne. Also. Sagte ich. Das gefällt mir. No. Ja. Aber 9 war glaube ich da noch ein bisschen. Ja. 9 ist noch. Ja das ist. Okay. 9 nehmen wir. Dann der Lebensstil. Hautflecken. Leicht. Kräftig. Fleckig. Verstreut. Allerlei. Und verteilt. Grob. Stellenweise. Rau. Getopft. Gesprenkelt. Getöpfelt. Gleichmäßig. Uneben. Vereinzelt. Leicht. Kräftig. Fleckig. Verstreut. Wir nehmen leicht. Okay. Hautrötung. 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 Okay. Lebhaft. Sprödel. Aderich. Errötet. Kerngesund. Perfekt. Alkoholiker. Windgepeitscht. Ah na. Erhitzt. Und abgehärtet. Oh. Das sieht nicht ganz gesund aus. Sonnenbrand. Und verwittert. Nun. Sonnenbrand muss glaube ich nicht sein. Wir sind ja sowieso im wilden Westen. Da gibt's Kakteen. Also auch Sonne glaube ich. Müde können wir noch nehmen. Beschädigt. Ausgelaugt. Lebhaft. Also man ist die Sonne glaube ich gewöhnt. Aderich nochmal. Errötet. Kerngesund nehmen wir. Weitere Hautrötung. Moment. Man kann das auch noch. Kann man das hier. Noch ein bisschen zurücknehmen. Tatsächlich. Das geht. Irgendwie verschiebt sich dadurch. Dann doch die Nase oder. Meine ich das jetzt nur. Ah das. Das sieht nur so aus. Wir nehmen das. Ein bisschen. Kerngesund. Darf sie ruhig aussehen. Machen wir das mal so. Weitere Hautrötung. Abgehärtet. Sonnenbrand nochmal. Ah das ist der untere Bereich dann eher. Ausgelaugt. Auch da nehmen wir vielleicht eine. Gesunde Farbe. Kerngesund. Alkoholiker gesund. Okay das scheint mir. Scheint mir okay zu sein. Nehmen wir das so. Sommersprossen können wir auswählen. Oh jo. Da sind sie. Gesund. Wangen. Zufällig. Und wenige. Einige. Und flächig. Okay. Verblasst. Verstreut. Und nur auf der Nase. Dann winzig. Verteilt. Und unsere Lucrezia hat keine Sommersprossen. Wie sieht es mit Leberflecken aus? Willkürlich. Lebhaft. Und diverse. Einige. Wenige. Und gefleckt. Übersät. Betont. Und gepunktet. Verschwindend. Verteilt. Verstreut. Festgesetzt. Und gepunktet. Gesprenkelt. Gruppiert. Spärlich. Oder keine. Eigentlicher. Keine. Keine wäre auch gut. Aber natürlicher sieht es glaube ich aus, wenn man doch so ein paar rein nimmt. Aber da sind ja ganz schön krasse dabei. Verteilt vielleicht. Ja, ich denke verteilt ist es. Oder diverse vielleicht. Einige. Ja, nehmen wir verteilt. Das sieht ein bisschen natürlicher aus, oder? Flecken. Flecken gibt es auch. Uh, ja. Das sind Flecken. Stirn. Errötet. Gruppiert. Entzündet. Dann am Kinn. Ausschlag. Okay. Das hat ja auch was. Wow. Das ist krass. Irritation. Schmerzhaft. Ach, nicht gut. Pocken. Wow. Geschwollen. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und gewölbt. Ah, nee. Nee, 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 nee. Aufbrechend. Oh, geplagt. Hervorstechend. 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 Auch noch vorne. Auch noch vorne. Im Klauen wäre auf jeden Fall was. schnitt. Gehackt. Und Fraktur. Zertrümmert. Geflickt. Und Kratzer. Gebrochen. Oh, Makel. Wucherung. Gefleckt. Und skalpiert. Ja, da sieht man oben ein bisschen was. Keine Narben. Boah, so ein bisschen können wir ruhig machen. Vielleicht ist es hier. Nur nicht ganz so stark. Na, wie war das andere? Klauen. Ja, ich glaube dann doch eher das. Aber das ist auch noch ziemlich stark. Ah, ich glaube... Ja, das ist schon wieder ein bisschen schwach. Da sieht man ja nichts. Also so. Ich glaube so können wir das lassen. Die Müdigkeit können wir noch einstellen. Ach so. Wach. Oder müde. Ich bin für... Ja, ein bisschen müde dürfen wir ruhig sein. Für Mittel. Okay. Damit sind wir fertig. Mit dem Lebensstil. Dann die Schminke tatsächlich. Schminke. Grundierung gepudert. Nichts. Nochmal gepudert. Ach so, das geht nur gepudert oder nichts. Dann nehmen wir lieber nichts. Unsere Lucrezia ist natürlich. Rouge errötet. Rosig. Hochgestochen. Kontuiert. Nein. Oder keine. Öpf. Gut errötet. Ginge ja eigentlich. Wir nehmen aber mal keine. Ich glaube, schminken wird man sich vielleicht auch nachher noch können. Lidschatten rauchig. Ah. Feiner Schmunk. Breiter Verlügel. Sanfter Akzent. Zweifarbiger Flügel. Zweifarbig. Aha. Ja. Hervorgehoben. Oder nichts. Ich denke, rauchig passt schon ganz gut. Das lassen wir mal so. Dann die Farbe. Ich denke, da werden wir wohl auch bei schwarz bleiben. Oder so ein Rauchgrau. Lidstrich. Einfach. Flügel. Und lang. Unterseite. Haken. Geschwungen. Und kein Lidstrich. Wir nehmen einfach. Und Lippenstift können wir matt setzen. Umrandet. Übergang. Verschmiert. Na. So läuft man doch nicht die ganze Zeit rum, oder? Lippenstift. Also nochmal matt vielleicht. Umrandet. Übergang. Übergang. Gefällt mir ganz gut. Dann die Farbe. Wir haben vier Farben zur Auswahl. Okay. Das war's. Das ist ein bisschen das vielleicht. Das ist ein bisschen das vielleicht. Oder? Gab's denn früher schon solche Farben? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Wir nehmen mal gesund rot. Und bleiben dabei. Denke ich. Doch, doch. Das machen wir so. Und das wäre es dann mit der Schminke. Ja, ich denke unsere Lucretia kann so bleiben. Halte die Eingabe Taste gedrückt, um alles zufällig zu gestalten. Um Gottes Willen. Nein. Wir sind jetzt fertig, denke ich. So lassen wir das. Unsere Lucretia sieht gut genug aus. Da kann sie schon losreiten gleich. Alles zufällig zurück. Und fertig. Wo gebe ich einen fertig? Vergrößern? Ah, vergrößern. Ach, was ist das? Stirnform. Ah, wir sind noch gar nicht fertig. Wie kommt's? Oh, hoppla. Hey. Ja, okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das passt schon so. Stirntiefe. Hoch, tief, flach. Oh, oh, Moment. Stirnform jetzt echt so? Oh, nein. Das hätten sie uns nicht zeigen dürfen. Moment, wir machen das schon. Ich hab alles im Griff. Ich weiß ganz genau, wie unsere Lucretia aussieht. Hier sehe ich keinen Unterschied. Von der Seite vielleicht? Ja, von der Seite. Okay, die Säuferwulst können wir hier machen. Sehr schön. Da ist sie. Das ist ein bisschen krass. Okay. Die Augengröße können wir noch einstellen. Ja, aber ich denke, das war eigentlich... Ich war schon ganz zufrieden, so wie es ausgesehen hat. Jetzt bin ich mir mit der Stirnform gar nicht mehr so sicher. Die Augenhöhle können wir noch einstellen. Oha, ja. Von der Seite sieht das jetzt echt interessant aus. Oha. Das ist ja nix. Augenposition. Ah, ich denke... Das geht von der Seite, finde ich es jetzt doch etwas befremdlich. Geht es noch weiter? Ah, die Stirnform. Da kann man sich jetzt... ...stundenlang, glaube ich, mit befassen. Aber ich denke, so... So geht das doch, oder nicht? Ist das hübsch? Ein bisschen alienhaft ist es schon, aber... Na, ich meine, es geht, es geht. Wir lassen das mal so. Augen und Stirn, okay. Mund, Lippen, Kieferkinn. Das hatten wir doch alles. Ohren, Wangen, Beißer, Haare. Ja, wir sind durch doch eigentlich. So, wie schließen wir das jetzt ab? Vergrößern, drehen, alles zufällig. Zurück. Erscheinungsbild. Oh, das Pfeifen. Ich höre nichts. Achso. Wow. Nein. Äh, nein. Oh Gott. Äh, nein. Nö. Nein. Ach, das war's. Das ist aber grell. Das ist ein bisschen... ...dunkel. Sie langweilt sich schon. Wir beeilen uns ja schon. Klarheit. Jetzt ehrlich? Oh mein Gott. Das ist ja grauenvoll. Nee. Richtig pfeifen kann sie schon. Denke ich. So? Ich glaube, so können wir das lassen. Attribute. Attribute. Die Gesundheit. Ah, okay. Da verändert sich ja mal Aussehen jetzt aber nichts, hoffe ich. Ausdauer und Dead Eye. Ausdauer und Dead Eye. Keine Ahnung, was Dead Eye ist. Wahrscheinlich so etwas wie die taktische Zeit-Diletation der Wetz oder so ähnlich. Ach so, da unten haben wir Punkte zum verteilen. Ah ja, okay. Gesundheit wäre gut und Ausdauer gefällt mir auch ganz gut. Dead Eye, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man das nachher noch skillen kann, aber so lassen wir das dann erstmal. Gesundheit und Ausdauer, okay. Und bestätigen können wir hier. Sind wir wirklich zufrieden mit allem? Ah, natürlich. Das nehmen wir jetzt so. Okay, ist gekauft. Vielleicht können wir doch nochmal was ausprobieren. Das hier nämlich. Man kann alles so fein einstellen, aber hier vermisse ich... Es ist schon eine sehr... Ja, da hat sie gerade einen Banana Shake getrunken oder so. Es ist schon eine ziemlich intensive Farbe, finde ich. Wenn man die Augen noch so ein bisschen anpassen könnte, dann könnte man behaupten, sie hätte Gelbsucht oder so, aber das schlägt ja weniger auf die Zähne eigentlich. Aber die hatten früher, glaube ich, die hatten doch schon Zahncreme, oder? Ja klar, es gab Zahnärzte, Friseure und sowas alles. Also, nee, hier kann man nichts weiter einstellen. Ich finde die sehr farbig, die Zähne. Dann hätte ich doch lieber so ein bisschen mehr Grün, Blau drin, aber naja, okay. Lässt sich nicht anders einstellen scheinbar. Okay, wir bestätigen das mal. Oder geben wir auf die Attribute vielleicht doch noch mehr Gesundheit statt Ausdauer. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie skillen kann unterwegs oder ob das dann für alle Zeiten so bleibt. Wir haben sowieso nur zwei Punkte zu verteilen, also was soll's. Ja, nehmen wir das und dann sind wir zufrieden damit. Bestätigen einmal. Seht doch ganz schön blass aus, oder? Was, was, was? Annehmen, zurück, Handflächen. Können wir die Hände auch noch gestalten? Oh ja, das wäre gut. Was heißt das? Nein, zurück. Nein, nicht alles nochmal. Wir sind, wir sind durch. Wir haben's, wir haben es doch. Was war das mit den... Ach so, musste man das so? Mit den Händen musste man... Mit den Händen musste man... Okay. Dann nehmen wir das so an. Was anderes geht ja jetzt nicht. Ah. Oh, da ist aber ein dicker Finger dabei. In der Mitte, habt ihr gesehen? Die rechte Hand. Wer weiß, was die damit schon alles gemacht hat. Wahrscheinlich irgendwo hängengeblieben. An einem Kaktus. Los geht's. Einige Monate später. Ach so, das steht ja da. Ich muss das ja nicht vorlesen. Flügel für Frauen. Das hört sich doch nett an. Engelsgleich. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton! Kitchens, they staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves! What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on! Get moving! You! You! You with the hammer! And you, you'll do. We need to perform a work detail out in Valentine. Come on, get in! Open the gate! Komfortabel. Wir haben einen Chauffeur. Hey! Donut! I'll catch you. Die. I'll end it proceed. The old Jameson is a wretched, sour old bastard. No mistakes. You'd like to stay calm in there? You weren't saying nothing. Du bist jetzt! Hör auf! Meine Frau hat Ideen gewonnen, über ihre Station zu erwähnen. Sie hat zu viele Buchstaben geschrieben. Persönlich bin ich gegen die Bildung. Frauen, ich meine. Und Männer, ich glaube. Unnötig. Das hat nicht viel an den Welt. Bildung. Guten Tag, Leute. Oh. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Jetzt, was ihr Namen? Jenkins und Milliken. Na, Herr Jenkins und Herr Milliken. Schrauben Sie an den Boden. Und dann hier. Das ist es. Sehr glücklich zu treffen. Es ist nicht wert. Es ist wert, dass Sie ein Geld verdienen. Sie bekommen einen Geld verdient. Sie bekommen einen Geld verdient. ob diese Leute nicht zu schlafen, deine Frau, wahrscheinlich, Sie wollen dich alive. Sie können sie weg. Bitte. Okay. Sie alle weg. Besonders von Ihnen. Versuchen Sie zu bleiben. Es ist eine gute Schmerz. Für alle. Use es. Jetzt. Herr Jenkins und Herr Milliken. Herr Milliken. Es ist so nett, dass Sie schnell wegkommen, bevor Sie jemanden getötet werden, nicht unbedingt. Los geht's, nicht zurück. Herr Wendt, ich glaube, es war 50 Dollar. Es war 50 Dollar. Es war? Es war 50 Dollar. Each? Ja. Jetzt raus, Sie beide. Meine Arbeit und ich veröffentlichen Ihre professionellität. Alles wir getan haben, stand da und sahen schwer. Und Sie haben sehr gut gemacht. Good day, gentlemen. Now, ma'am. How about you pick up these guns? And we move out. My mistress is waiting for us. Come along. Then you better get on this horse. Okay. Ich nehme das Pferd. Naja, das will ich nicht. Ich nehme die Kutsche. Können wir da was einsammeln? Oh, hoppla. Ich habe mich verletzt, glaube ich. Kann ich das einsammeln? Nein. Oh, Blumen. Können wir die einsammeln? Nein. Vorsicht. Da ist eine klapprige Schindmeere. Das ist nicht so großartig. aber sie haben nicht so weit zu fahren. Ja, ich habe warten, dass sie dich verletzt hat. Ich kann noch ein paar Wochen warten. Ich kann noch ein paar Zeit warten. Ready? Wunderbar. Ich hoffe, dass Sie die Begründung verletzt werden. Meine Arbeit besonders interessiert. Mein Name ist Mr. Horley, auf jeden Fall. Vorsicht. Stein. Unser Pferd ist dumm. Das rennt gegen Bäume und Steine. Ich will das nicht. Das ist kaputt. Ah doch, jetzt geht's. Pferde sind nicht dumm. Guck mal, wie groß die Köpfe sind. Oh, ein Hase. Ich verstehe kein Wort. Oh. Das ist ja cool. Das Pferd ist schlau. Hey, das Pferd ist schlau. As soon as we're done, you can find your old posse. Or try and start a new one. You'll have money in your pocket to go to the store with. And there'll be chances to make more, if that's what you're after. And chances to raise hell too, if you feel you're in the need of them. Okay. We haven't got far to go now. Links? Ah. Oder geradeaus ist auch gut. Oh, das macht Spaß. Just up here. There's the camp. Get your horse. Ah, ah, ja, hier. Okay. Drücken, dann können wir das Pferd da festmachen. Aber... Was ist passiert? Bist du vor das Pferd gerannt? This... This way! She's anxious to meet you. Das ist gut, hoffentlich passiert uns das nicht. Mme, we're back. Hallo, Jessica Leclerc. Wie geht's dir? Was hast du gesagt? Nichts, als wir gesprochen haben. Danke, Hawley. Ich hoffe, dass wir nicht inconvenienzieren können. Aber sehen Sie, dass du in eine Woche verletzt bist, ich bin sicher, dass du nicht so stark reagierst. Ich weiß, dass du innozentig bist. Well, vielleicht nicht genau innozentig, aber nicht schuldig von dem, was du verletzt hast. Ich weiß, dass du und die mit dir mit dir, die sterben, war ein bisschen mehr als Patsy's. Und dass du einen von drei Menschen oder eine Frau, vielleicht sogar alle von ihnen. Ich kann nicht sicher sein. Aber das ist alles, ich weiß, so far. Und eine dieser Leute machte Mrs. Leclerc auch eine widow. Und ich werde mich verletzt, so hilf mir Gott. Aber ich werde es nicht verletzt, auf diejenigen, die es nicht verletzten, oder verletzten es unwirklichen. Aber ich bin sicher, dass das alles ein bisschen verletzt und melodramatisch ist. Oh, woher meine Manners? Hauley, bitte, unsere Gäste zu den Tenten, und geben sie ein paar frische Kleine zu machen. Sehr gut, Madame. Dann geben wir uns ein paar kleine Aufmerksamkeit. Natürlich, Madame. In dieser Stelle. Du findest eine Veränderung von Kleinen in da, neben ein paar andere Sachen, die du brauchst, ein lasso, eine Knife und eine Lantern, glaube ich. Ha! Die Outfits! Kopfbedeckungen. Wir können keine Outfits auswählen. Das ist, glaube ich, oder? Das ist, glaube ich, alles, was wir haben. Hemdkragen. Ach so, ja doch. Geschlossen, offen. Geschlossen oder offen. Haben wir Haare auf der Brust? Sehe ich da richtig? Interessant. So. Hemdsärmel. Lang. Hochgerollt. Auf jeden Fall. Oder lang. Ach so, hochgerollt dann. Hosenbeine. Draußen. Reingesteckt. Aha. Wahrscheinlich eher reingesteckt. Sonst werden die Hosen ja nass, wenn wir angeln gehen. Ich glaube, man kann angeln hier. Draußen oder reingesteckt. Jo, die Auswahl ist jetzt relativ schnell erledigt, denke ich. Anpassen. Ja, okay. Haben wir. Also reingesteckt. Rollenoutfits. Na, da können wir nichts wählen. Die Kopfbedeckungen. Oder? Können wir hier was anpassen? Ah doch, wir können. Ah. Hemdkragen. Hänsärmel, das ist doch das gleiche. Hatten wir doch gerade. Rollenoutfits. Na gut. Dann die Kopfbedeckung. Da können wir vielleicht doch was wählen. Keine Kopfbedeckung. Sehr gut. Ein Westernhut. Oh. Ein Westernhut. Da können wir was wählen. Oh, die Farbe. Oh, wie schön. Ja, also wenn dann vielleicht doch eher dunkel, dann sieht man uns nicht so gut, oder? Ja. Hm. Was? Achso. Da ist ein Haken drin sofort. Ja, passt doch. Zurück. Und einen Pirscherhut haben wir auch. Okay. Der ist es. Zurück. Zurück. Und dann diesen Hut, ein Cayuga-Hut. Mhm. Ja, wir können ja nicht immer nur die dunklen Hüte nehmen. Wir nehmen auch mal sowas Helles hier jetzt. Das passt. Okay, zurück. Das war's wohl mit den Outfits. Zurück. Ah ja. Brillen. Brillen. Brillen haben wir, glaube ich, gar nicht, oder? Nö. Anpassen können wir immer nur den Hemdkragen, Hemdsärmel und Hosenbeine. Also verzichten wir darauf. Masken haben wir auch keine. Nö. Ist immer das Gleiche. Da gucken wir also gar nicht mehr. Wenn das hier ausgegraut ist, dann lassen wir es so. Halstücher haben wir auch noch keins. Halsschmuck. Mäntel haben wir aber scheinbar. Kein Mantel. Lederjacke. Aber welche Farbe? Äh... Okay. Interessant, aber... Ja, vielleicht nehmen wir diese hier. Etwas Helles. Ja, da sind wir aber auch gut zu sehen mit. Oder Rot. Rot ist ja auch schön. Ah, ich bin... Ja... Hell wird so schnell schmutzig. Wir nehmen lieber das Rote hier. Lederjacke. Kein Mantel. Ach so, kein Mantel. Ja, kein Mantel. Wo sind unsere hochgekrempelten Ärmel eigentlich? Ach da, okay. Ponchos können wir nichts auswählen. Western. Western können wir auswählen. Keine Weste. Traditionelle Weste. Ah ja, Naturburschenweste. Okay. Ach, das Dunkle geht eigentlich. Haben wir auch Jeans? Oh. Nee, da ist doch das hier noch das Beste, finde ich. Okay, das lassen wir so. Oder keine Weste. Keine Weste erstmal. Wir suchen uns nachher unsere eigene Weste. Ich hoffe, man kann nachher noch Sachen kaufen oder irgendwie sowas. Oberteile. Ach, da geht's ja doch. Ach, wie schön. Hemdbluse mit weißem Kragen. Einmal in weiß, einmal in dunkel und in blau. Das ist ja schon fast Jeans, aber schwarz. Ich glaube, im wilden Westen war schwarz nicht ganz so modern. Und weiß, das wird so schnell schmutzig. Egal, wir nehmen mal weiß, da sieht man das Blut auch besser. Nicht, dass wir bluten wollen würden, aber vielleicht andere. Und dann wissen wir, wann wir unser Zeug waschen müssen. Ich glaube, man muss ja auch waschen richtig. Und ja, das sieht aus wie drauf gespuckt. Das ist nicht so schön. Sollen wir jetzt doch schwarz nehmen? Je öfter ich hier drüber nachdenke, wie weiß das Weiße doch ist, dann hätte ich doch vielleicht lieber das Schwarze hier. Okay. Hm. Der Wahnsinn. Hosenträger haben wir nicht. Armschützer haben wir nicht. Handschuhe haben wir nicht. Ringe haben wir nicht. Gürtel. Gürtelschnallen. Und die Waffenrüstung. Waffenausrüstung. Können wir aber nichts auswählen. Also lassen wir das erstmal so, wie es ist. Hosen. Aha. Beschlagene Hose. Da haben wir ja ne Jeans. Oh. Und Moosgrün. Na gut. Wir nehmen das hier. Hose. Und abgegriffene gekrempelte Hose. Eieiei. Das sieht nicht gesund aus, alles, was wir da tragen. Ja, wir springen nachher ins Wasser, dann wird das schon sauber, denke ich. So ein bisschen ins rötliche gehen. Ich weiß nicht. Das hier gefällt mir auch nicht so. Oh. Oh, was nennen wir denn? Rot? Ach, das ist ein bisschen zu... Ne, das geht nicht. Nein, nein. Wenn, dann blau. Okay. Blau. Okay. Zurück. Oder? Wir nehmen dieses hier. Achso. Man kann hier keine Zweihosen tragen. Ja, gut. Dann lassen wir das dabei. Röcke. Oh, ein Waschrock. Da können wir uns die Farbe auswählen. Okay. Ja, wenn, dann weiß. Die sind weiß. Das weiß ich. Also, die sind weiß oder auch weiß. Meistens sind die weiß. Okay, dann hätten wir so einen gerne einmal. Hey. Äh. Okay. Das ist aber kompliziert jetzt. Haben wir jetzt einen Rock und eine Hose? Was ist mit den Stiefeln? Oh, Barfuß wäre gut. Keine Schuhe. Ja. Oha. Abgetragene Rodeo-Stiefel oder Arbeitsstiefel? Nein. Mit Stahlkappe? Nein. Das sieht nicht danach aus. Hofstiefel. Ah, das ist nichts. Nein, das ist nicht mein Ding. Das hier vielleicht. Und wir können uns Farben aussuchen. Äh. Ne, wir nehmen das hier. Fertig. So, ich weiß schon, wenn wir jetzt Arbeitsstiefel aussehen, dann ist das Erste, was wir ausgewählt haben, wieder weg, oder? Ja, wir lassen das jetzt mal. Ich hoffe, man kann das nachher noch machen. Sporen brauchen wir nicht. Keine Sporen, genau. Gerdensporen, was gäbe es denn da? Oh ja, wenn, dann diese hier etwas dunkler. Aber die brauchen wir jetzt nicht, finde ich. Das arme Pferd? Nee. So, das wär's doch. Sporen war das letzte von 25 Einstellungen, die wir hier nicht vornehmen konnten. Ein paar konnten wir da unten... Unten drunten konnten wir ein paar vornehmen, aber ich hab nicht mitgezählt. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Ich denke, so lassen wir das alles jetzt. Achtung! Wenn du die Garderobe verlässt, wird deine Anfangskleidung festgelegt. Bist du sicher, dass du sie verlassen willst? Das sieht besser aus. Pauli? Hier, Madame. Ihr sehr gut ist gesund. Ich denke, das Beatz zu sterben, hm? Mrs. Leclerk's husband wurde murdered... ...ein einer seiner Geschäftspartnerin. Und ich will herausfinden, welcher one. Oder eher, ich will für Sie herausfinden. Und zählen sie. Du bist die einzige Person, die ich möglicherweise信, zu tun, was es braucht. Weil du und deine Mitglieder, ...und sie nicht zu tun, was sie noch nicht zu tun. Sie sind die einzige Verwaltung, die sie noch nicht zu tun. Sie wissen, Sie kamen in die Stadt an ungefähr die gleiche Zeit, ... als mein Mann wurde in der Brüche, ... aber mit einer anderen Böden. Fierst du verschiedene Blöden zu den du, die du possessedst, ... als du verabschiedst. Diese Blöden. Das war ihre Fehler. Sie waren die Zache. Sie wurden abgerissen und verletzten zu Todes. All weil du kamen zu Stadt und nicht zu viel reden, und es sahen wie du wachst. Anyway, hier sind sie. Die Leute, die in Blackwater runen. Mr. Jeremiah Shaw, Banker, Real Estate Speculator, und Crook. Mr. Amos Lansing, Ranch Owner, Speculator, und Crook. Mrs. Grace Lansing, seine Frau, Society Patronist, Lover of the Arts, Crook, und mein Former Best Friend. Teddy Brown, ihr Bruder, ihr Bruder, Erster, Erster, und noch in Kontakt mit ihnen. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be. I don't judge. You wanna rob? Rob. You wanna save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye. For now. Then Harley, go introduce her to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. JB Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And where are we headed? To open. Wähle Lager aus. Steht ja da. Dann nehmen wir doch dieses hier mal. Ein anderes sehe ich jetzt auch gerade nicht. Oh mein Gott. Die anderen Sachen kann man auch alle noch bauen. Stall und Trupp und sowas alles. Hm. Na schön. Lager also. Lagerort festlegen. Ich weiß ja gar nicht, wo wir hier sind. Ich habe noch gar keine Karte gesehen. Kleines Lager. Großes Lager. Oh, um ein Lager zu unterhalten, wird eine Tagesgebühr berechnet. Ein kleines Lager kann ein bis vier Truppenmitglieder aufnehmen. Tägliche Gebühr ein Dollar. Na ja, okay. Das große können wir eh nicht nehmen. Okay, wir können uns hier auch nicht viel auswählen. Das ist vielleicht auch erstmal ganz gut. Aber man sieht schon, es gibt hier einige Gebiete scheinbar. Also ich gehe wie immer, wie ihr wisst, blind, möglichst blind an die Sache ran. Ich dachte am Anfang, das wäre irgendwas mit Außerirdischen und so im Weltall oder so. Nein, so schlimm ist es dann auch nicht. Ich habe ja schon ein bisschen vorgearbeitet und die Thumbnails und so gemacht. Ich wusste schon, dass hier irgendwas mit fälligen Tieren hier zu tun hat, das Ganze. Heartlands, was anderes kann ich nicht nehmen. Ja, Madame. Während Cripps ist die Kampen, vielleicht kannst du nach der Station und sehen die Klerk. Dann gehst du Clay Davies. Er ist ein Horsethief und nicht ein sehr guter Mann. Dann treffen wir Cripps zurück in die Kampen. Wir sehen uns sicher, Boss. Good luck. I'm sure you're tired. Get this done and you can rest. Ich muss das erstmal losbinden hier. Waffen auf Pferd, Pferde im Winter, B. Klapprige Schindmeere. Okay, E. Losbinden. Okay, das passiert automatisch. Es regnet. Wir brauchen einen Regenschirm erstmal. Halt, rückwärts. Ah, das kann ich rückwärts. So gut. Okay. Zur Postmeisterei dürfen wir jetzt. Oh nein, das Pferd kann krank werden. Die Gesundheit deines Pferdes wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Es bricht zusammen, wenn seine Gesundheit zu niedrig ist wahrscheinlich. Die Ausdauer deines Pferdes wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Ausdauer wird verbraucht, wenn das Pferd galoppiert oder springt. Dein Pferd kann nicht galoppieren, wenn seine Ausdauer leer ist. Reite langsamer, damit das Pferd Ausdauer regeneriert. Okay. Und das Gelbe vermute ich mal ist der Weg, den wir nehmen sollen, ja? Oh, hey. Wir reiten schön gemütlich. Oh, da sind Füchse. Wie hält man an? Brrrr. Ah ja, okay. Das funktioniert. Hey, das ist ja cool. Das sieht etwas dünn aus. Und da ernährt unser Pferd. Habt ihr gesehen, gerade wenn man so von der Seite guckt? Ich finde, sind die immer so dünn? Ich finde, das sieht etwas dünn aus. Könnte ein bisschen mehr auf den Rippen haben. Oh, wir sollen hier lang. Wenn wir dem gelben Strich da unten folgen sollen. Oh, noch mehr Pferde. Oder große Hunde vielleicht. Ein bisschen schneller darfst du ruhig. Äh, okay. Vielleicht noch etwas? Ja, dann zeig mal, was du drauf hast jetzt. Ja, es sind Pferde. Andere Pferde. Guck mal. Freunde von dir vielleicht. Hey, hat unser Pferd eigentlich einen Namen? Oh, ich will es Fuzzi nennen. Nein, ich... Ja. Ja, tut mir leid, liebe Welt da draußen. Das wird eine Stückelei hier. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das funktionieren wird hier mit den Aufnahmen. Denn, ähm, ich bin seit zwei Stunden dabei und versuche die Charakterherstellung zu machen. Und andauernd stürzt der Titel ab. Beziehungsweise das Aufnahmeprogramm nimmt nicht auf. Ja, was denn jetzt? Ja, beides ist passiert schon. Und da darf ich jetzt schon fünf Folgen aneinander schneiden. Also das... Ich weiß nicht, ob wir daraus eine Serie machen können. Weil das tue ich mir natürlich dann nicht an. Wenn das nicht funktioniert hier. Nur so viel. Gerade ist es wieder ausgegangen, das Aufnahmeprogramm. Manchmal läuft's. Aber dann auf einmal nicht mehr. Ja, schön langsam wieder. Nicht so schnell. Sonst wird dir schlecht. Das bringt ja nichts jetzt. Das ist noch ein Ruckeln, das ist doch. Aber er nimmt noch auf. Okay. Bergauf ist ein bisschen schwierig, auch für ein Pferd. Es ist ja keine Ziege. Eine Bergziege oder so. Aber komm, ein bisschen kannst du dich ruhig bewegen. Das ist aber mühselig gerade. Hier rum kriegst du die Kurve. Jawoll. So, jetzt kannst du dich richtig austoben mal. Ich glaube, Pferde sind doch die größeren Hunde, oder? Hunde wollen rennen. Das ist aber so schön gemacht hier mit der Landschaft. Endlich kann ich wieder sagen, oh, ist das schön. Oh, ein Stein. Kann der irgendwas? Oh nein, ich habe vergessen, wie man bremst. Wie bremst man denn? Ich kann nicht bremsen. Das Pferd macht, was es will. Oh nein. Wie war das denn mit dem Bremsen? Oh nein, Space geht auch nicht. Rückwärts geht nicht. Oh nein, da dreht es sich nur. Nur sei doch ruhig, nicht so schnell. Was habe ich gerade gemacht, damit das stehen blieb? Brrrr. Geht nicht. Es tut mir leid. Das Pferd ist außer Kontrolle. Das macht, was es will. Ich kann nichts dafür. Gerade war es so langsam die ganze Zeit. Und jetzt... Oh, gut. Gut, 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 gut. Du bist stehen geblieben. Nie wieder! Lass runter hier. Du bleibst hier stehen, okay? Ich weiß, ich müsste es da vorne anbinden. Aber ich bin froh, dass es jetzt mal stehen geblieben ist. Ich werde nie wieder... Pfff. Voll außer Kontrolle das... Rennen können wir auch? Oh, tatsächlich. Okay, sieht ein bisschen komisch aus, wenn wir hier mitten in der Stadt so rennen. Hallo! Guten Tag. Können wir den Hut auch mal absetzen? Oder passiert das automatisch? Haben wir zwei Revolver da? Na, wir haben ein Messer und einen Revolver. Okay. So, bist du der Postmeister? Nein, das bist du ja gar nicht. Ach so, einfach durchgehen. Nähere dich dem Postmeister. Ja. Ich möchte gerne... Erfassen! Rechts gedrückt halten, um den Postmeister zu erfassen. Den können wir doch da nicht durch... durchziehen. Ich möchte... Ich möchte den Hut gerne absetzen. Ah, da hätten wir wohl ohne Hut nehmen müssen, einen Charakter. Ist nur für Waffen. I geht nicht. Inventar. J. Tagebuch geht auch nicht. Okay. Guten Tag! Nein, ich kann gedrückt halten, wie ich möchte. Ich kann ihn nicht festhalten. Warum soll ich den Postmeister eigentlich festhalten? Ich komme da nicht rein. Ich soll dich festhalten, steht hier. Okay. Okay, wir stehen vielleicht zu nah. Nö, da tut sich nichts. Ach komm schon! Passt, Meister! Zeig mir deine Hand! Ne, tut sich nichts. Ah, er! Hallo! Ich hab mich schon gewundert, warum sollen wir ihn festhalten? Du musst bist ein Freund von Horleys. Er ist einer von uns. Er sagte, du bist auch ein... ...discouraged... ...creature. Ich werde ehrlich sein. Ich versuche nicht zu sprechen zu Frauen. Ich... ... also, lass uns das. Alden. Das ist mir. Aber... ...Horley hat gesagt, du bist okay. Ich bin sehr... ...discouraged. Du siehst? Es ist ein Freitag zu machen, ...sort of. Ich finde, deine Rettacenz charmant. Real charmant. Ich hörte, du kannst du ein bisschen mehr Geld verdienen. Na, einige Leute haben uns die Städte verabschiedet. Und sie sind nicht Teil des Klubes, wenn du meine Meinung hast. Wenn du sie machen kannst, ... ich bin sicher, dass sie etwas für dich interessiert haben. Sie sind in Cumberlande, Fäste. Sie sehen, was du kannst, okay? Hier! By the way! Ein Katalog. Das letzte Problem. Es kam in dieser Arm-Pit von einer Lande mehr civilisierten. Und wenn Dinge funktioniert, ... meine Kollegen und ich, ...mögen diese Städte zu gehen, wie es notwendig ist. Und wir alle sind sehr entschuldigt. Wir werden alle helfen, ... mit pertinente Informationen, ... selbst wenn du eine Frau bist. Guten Abend, Frau. Ach so. Der Taschenkatalog wird verfügbar, wenn du in den Free-Raum wechselst. Dieser kann benutzt werden, um Gegenstände zu kaufen. Aha. Wir haben ja erstmal kein Geld, denke ich. Oh, das regnet. Kann mir jemand einen Regenschirm leihen? Oh, die hatten noch gar keine Regenschirme, oder? Wir dürfen nicht zu viel verraten. Sonst machen wir die Zukunft kaputt. Ihr wisst schon. Zurück in die Zukunft und so. Ja, hat er versucht einen Witz zu machen. Hat nicht geklappt, oder? Ja, nicht wirklich, nein. Ach so, ich dachte, wir könnten M, die Mappe aufrufen. Oh nein, jetzt... Oh nein, jetzt habe ich den Selbstzerstörungsknopf gedrückt. Nein, das war... Okay. Nein! Jetzt ehrlich? Nee, oder? Was? Was? Jetzt echt? So groß ist das? Oh, ich möchte hier hin. Oh, ich möchte hier hin. Ich möchte... Oh ja, hier möchte ich hin. Nein! Ah, ich sehe schon. Wir sollen hier hin. Das ist aber ein ganz schönes End. Markierung setzen, Index, Wegpunkt... Okay, zurück. Wo ist denn unser... Unser Camp? Nein, ich wollte das nicht. Wieder wegnehmen. Zum Glück kostet das nichts. Ja, okay. Dann geht's da hin. Wald hört sich auf jeden Fall gut an. Cumberland Forest. Ja, gut. Dann machen wir das so. Okay, es gibt also eine Karte. Vielleicht hat's auch nur funktioniert, weil wir jetzt gerade hier so in der Nähe dieses Schildes standen. Wir versuchen das draußen nochmal. Deine Gesundheit wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Der innere Kern beeinflusst die Geschwindigkeit deiner Gesundheitsregeneration. Achso, wir müssen essen und trinken, kann das sein? Dein Gesundheitskern nimmt im Laufe der Zeit ab. Ist er leer, hat das negative Auswirkungen. Du kannst etwas essen, um deinen Gesundheitskern wieder aufzufüllen. Verschiedene Vorräte haben auch verschiedene Wirkungen. Der Verzehr von Nahrungsmitteln füllt deinen Gesundheitskern etwas auf. Essen von besserer Qualität wird natürlich den Kern wahrscheinlich schneller auffüllen. Deine Ausdauer wird links unten angezeigt. Die äußere Anzeige nimmt ab. Wenn du läufst, springst oder kletterst, der innere Kern beeinflusst die Geschwindigkeit. Deine Bewegungsgeschwindigkeit sinkt, wenn dein Ausdauerkern leer ist. Gewisse Vorräte füllen deinen Ausdauerkern wieder auf. Gut. Ich habe mir das alles gemerkt jetzt mit meinem riesigen Gehirn. Ich bin ja kein Pferd. Also, das Pferd könnte sich das besser merken, will ich damit sagen. Aber das Pferd, das brauchen wir erstmal nicht. Essen. Wir sollen also essen, aber ich sehe da schon wieder, ja, unsere gelbe Markierung unten. Können wir jetzt... Okay, jetzt sind wir weit genug weg. Ich glaube, jetzt können wir mal gucken. Können wir jetzt das Journal öffnen? Tagebuch. Nein, das geht nicht. Erstmal alles ausprobieren, was geht. Okay, die Karte haben wir wohl dabei. Die hat er uns ja gegeben. Aber das war es dann auch, oder? Hey, P ist Pause. Oh, P ist Pause. Das ist ja was ganz Neues. Habe ich was gefunden? Oder war P noch was anderes gerade? Muss ich mir auch angucken, was da steht. Ich sage einfach, es ist Pause. Hilfe, Fortschritt, Spieler, Spiel, Social Club, Store, Einstellungen, Spiel. Egal. Egal. Wir bleiben hier. Wir wollen uns ein bisschen umgucken und ein paar Blumen sammeln, damit wir was zu essen haben. Essen wir Blumen? Hier ist Baumwolle. Oh, Moment. Wir dürfen nicht so viel rennen, oder? Na, nicht für uns. Vielleicht gibt es hier ein paar Bären am Busch. Also ich würde mir ganz gerne ein bisschen was mitnehmen. Können wir uns ducken eigentlich? Cool. Aber den Hut können wir nicht absetzen wohl, oder? Ja, ich habe nicht gesehen, dass wir irgendwas einsammeln können. Äh, ich will das Pferd nicht. Das hält nicht an. Ja, aber einmal hielt es an. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie ich das angehalten habe. Oh, das ist schön. Mit C kann man... Oh, was ist das? Kinokamera? Boah, ist das cool! V, Kinokamera. Und C kann man sich von vorne gucken. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Haben wir eine Taschenlampe? Mit F, T... Ah, ja. Komm. Äh, Moment. Waffen auf Pferd. Tab. Okay, Waffen brauchen wir nicht. Und Pferdeinventar B. Klapprige Schindmeere. Nein! Nein, 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 nein! Da steht unten Klapprige Schindmeere und dann Links-Klick. Aber... B. Wir haben einen gesunden Apfel. Ja, das reicht für den Weg. Ja, das reicht für den Weg. Als Marschverpflegung ist das vollkommen ausreichend. Wir haben sogar noch ein paar andere Sachen hier. Oh, Schnaps. Sehr schön. Materialien, Ausrüstung, Wertgegenstände, Dokumente und Pferd. Wo ist unser? Unser Menü? Okay, essen müssen wir jetzt noch nicht. Apfel. Füllt die Kerne von Gesundheit und Ausdauer oder alle Kerne deines Pferdes ein wenig auf. Jetzt weiß ich endlich, was Pferde fressen. Äpfel. Ich habe noch nie ein Pferd auf einem Apfelbaum gesehen. Naja, die müssen sie auch nicht pflücken. Nur essen. Oh, war es jetzt Lager? Bietet dir einen Ort zum Erholen in der Wildnis. Oh ja, das machen wir jetzt. Ab in die Wildnis. Pferd, du kommst mit. Können wir das irgendwie... Das hat doch dann eine Leine. Können wir das an der Leine vielleicht? Waffen auf Pferd. Waffengegenstände. Wie geht denn das? Das rüberziehen? Achso. Okay. Abgebrochen am Magen, bitte. Angebrochen am Magen, bitte. Ja komm, dann versuchen wir es nochmal mit dir. Aber weh, du hältst nicht an. Wir müssen hier lang. Schenk. Es kann ja auch gar nicht anhalten. Es hat ja noch gar keinen Namen von uns bekommen. Okay, wir suchen uns einen Apfelbaum erstmal. Nicht so schnell hier durch die Stadt vielleicht. Wir testen das mit dem Bremsen jetzt mal nicht in der Stadt. Oh, Moment. Wir müssen rechts, oder? Müssen wir links reiten. Das war schön gemacht. Mit dem Friedhof. An der Kirche. Gut, jetzt versuchen wir nochmal. Brrrr. Nee, du hältst nicht an. Nein! Oh, das ist ja... Moment. F. F ist anhalten. Ah, okay. F ist die Bremse. Ja gut, dann wissen wir jetzt Bescheid. Ja, dann kannst du ruhig ein bisschen schneller jetzt. Wir kennen ja den Weg, der wird ja unten angezeigt. Okay, das Pferd scheint auszulaufen auch. Also wenn man gar nichts macht, dann bleibt es von alleine stehen. Ja, der Titel, das wird wohl nichts mit einer Serie. Tut mir leid. Wir machen jetzt zwei Premierenfolgen. Ich versuche auch noch ein paar Folgen danach aufzunehmen, aber wenn das andauernd abstürzt und ich da die ganzen Folgen schneiden muss, das ist ja für euch nicht schön anzusehen. Und für mich ist das ja ein riesen Arbeitsaufwand. Ich sag's ja immer wieder, wenn da am Codieren ist, die geschnittenen Sachen dauern ja super lange, die zu codieren auf meinem Rechner. Dann kann ich den Rechner ja so gut wie für nichts anderes mehr verwenden. Also das wird wahrscheinlich dann nicht möglich sein, aber dennoch will ich mal versuchen, das wenigstens so eine Miniserie zu machen, dass wir uns hier so ein bisschen das mal angucken können. Wobei funktionieren sollte es dann ja schon, sonst macht das Ganze ja echt keinen Spaß. Aber es sieht gut aus. Alleine das macht ja schon Spaß. Ja, aber das ist nicht alles. Nebel. Hier sind doch Pflanzen. Ah, es bleibt von alleine stehen. Das ist der Trick. Einfach gar nichts machen. Dann bleibt es von alleine stehen. Können wir den Stein da aufheben? Wir gehen erstmal in den Wald. Wir reiten erstmal in den Wald. Da vorne ist ein Lagerfeuer. Aber ich glaube fast, dass das unser Anfang gewesen ist, oder? Also nochmal, Aufgaben habe ich jetzt nicht gesehen. J geht nicht. I geht nicht für Inventar. Haben wir kein Inventar. Und... Oh, wir können eine Waffe ziehen. Können wir sie auch wieder wegstecken? R gedrückt halten? Geht nicht. Geht nicht. Ich will auch hier nicht mit gezogener Waffe rumrennen. Faust unbewaffnet. Genau. Das probieren wir jetzt nochmal aus mit dem Pferd. Hier guckt ja keiner gerade. So, schnelles Pferd. Und gar nichts machen. Und es bleibt stehen. Ah, das ist das. Aber eine Vollbremsung geht nicht. Valentine. Ja. Das ist aber nicht unser Lager jetzt, oder? Bandenverstecke. Bandenverstecke. Ja, können überall im Free-Raum auftauchen. Erledige die Gegner in diesen Verstecken, um Geld, Munition und andere Gegenstände zu erhalten. Halte Tab gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Benutze die linke und rechte Maustaste, um meine Waffe auszuwählen. Und lasse mit Tab los. Pferd bleibt da, sonst wird das noch verletzt nachher. Können wir noch weiter runter? Nein. Zielen? Ach, die sind doch ganz nett. Ich glaube nicht, dass die da... Machen die irgendwas? Schalte die Gesetzlosen aus. Okay, dann müssen wir wohl. Aber es geht nicht. Okay. Messer reicht. Wir brauchen kein Gewehr. Wow! Schnapp ihn dir! Schnapp ihn dir! Warum rennst du so komisch? Hey Jackass! Es geht in die Haare der Däne! Du triffst mich nicht! Ich laufe zick-zack! Lebt da noch einer? Ich höre immer noch spannende Musik. Ich bin derjenige, der dich auf den Boden setzt! Wer redet? Wo ist er denn? Der muss doch hier irgendwo sein! Ich seh nur Bäume! Da vorne ist er! Wow! Bleib stehen! Los! Uh! Plündern! Oh! Wir haben den Silberring! Endlich! Und Munition haben wir außerdem auch noch! Los! Nimm den Hut! Gold! Wir haben Gold! Es gibt Gold! Oh! Oh! Vielleicht können wir auch Gold schürfen! Waffenöl? Na ja, vorne lag doch auch irgendwo noch einer! Okay, mit R können wir den aufheben! Wow! Ganz schön kräftig! Und plündern! Eh! Geht aber nicht! Ha! Dosenaprikosen! Noch mehr! Oh! Das könnte mühselig werden! Das alles aufzuheben! Hier! Kidneybohnen! Wie viel können wir denn tragen? Ach! Wir haben ja unser Pferd dabei! Oh! Das holen wir mal besser sofort! Da packen wir alles rein! Und dann haben wir schon mal Bohnen gefunden! Für das Pferd! Tag! Fängt es an zu knattern! Dann nachher! Haha! Ich fand's gut! Dann hören wir es wenigstens! Was denn los? Bleibst du stehen? Warum bleibst du stehen? Los, los, los! Auf, auf, auf! Weiter! Reite doch! Oh! Ah, okay! Er will's nicht! Durchsuche das Versteck! Natürlich! Wir sind ja noch dabei! Oh! Jetzt ist nichts mehr drin in der Kiste! Oh! Wir tragen die Leichen mal zusammen! Dann haben's die Geier etwas leichter! Das ist schön, dass die Leichen hier angezeigt werden! Vielleicht ist sogar ein Kopfgeld auf die ausgesetzt! Dann werden wir steinreich! Das ist aber nichts zum Mitnehmen! Gesetzloser Kuh? Was heißt denn das? Kuh? Wir können wechseln zwischen Gesetzloser und... Keine Ahnung! Wie, wir sind gesetzlos jetzt? Nein! Okay! Du bist gut! Du bist echt gut, Freund! Hier! Take this! Was willst du mich schlagen? Just... Be... Be kind! Don't kill me! Please! Na gut! Die Welt wird von deiner Ehre beeinflusst! Verschone den Banditen, um deine Ehre zu erhöhen, oder töte ihn, um sie zu verringern! Nimm die Karte oder töte den Banditen! Wie kann ich die denn nehmen? Achso! Entschuldigung! Ey! Ich wollte... Ich wollte E drücken! Ey! Ganz schon unfreundlich! Jetzt können wir E drücken! Da war noch einer im Zelt! Moment! Wo sind die anderen alle? Oh, das ist ja... Das ist ja interessant! Nochmal! Wir tragen sie alle zusammen! Vielleicht können wir sie auch anzünden! Oh, dann brennt der ganze Wald! Ja! Nein! Nicht hier den ganzen Wald anzünden! Das ist nicht gut! Ablegen! Hmm... Okay! Oh, wir sind leicht blutig, oder? Aber wir könnten doch vielleicht das ganze Lager hier einpacken in den Wagen und dann packen wir den Wagen an unser Pferd! Die hatten ja gar keine Pferde hier! Wie haben wir denn das ganze Zeug hierher geschlürft? Ah, da liegt noch einer! Ah, aufheben! Wir können sogar rennen, wenn wir den heben! Echt gut! Ja! Ja, 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 ja! Aber das mit Kuh verstehe ich nicht ganz! Wieso gesetzlos? Das ist gut! Dass man sich da mit Kuh irgendwo verstecken kann so schnell! Aber so Kuh bringt gar nichts! B ist die Tasche öffnen! Öffne die Schatzkarte! Wo ist sie? Das hier? Citadellrock? Und wo sind wir? Wir sind hier? Aha! Oh! Das ist ja cool! Das ist ja toll! Ich wollte toll oder cool sagen und dann habe ich Tool gesagt! Das ist die moderne Sprache! Da braucht man nicht mehr so viele Wörter! Da werden die Wörter einfach zusammen gemixt! Das geht auch! Versteht nur keiner! Das ist ein bisschen schlecht! Aber sonst... Ja! Durchsuche das Gebiet! Nach dem Schatz! Aber ich denke, wir sollten hier noch irgendwas durchsuchen! Kann man denn hier nicht noch mehr aufsammeln? Das sieht so aus, als hätten die hier so viel! Was habe ich gesagt? Das wird eine kurze Serie! Einfach nur mal umzugucken! Ich bin mir da jetzt nicht mehr so ganz sicher! Das macht unheimlich viel Spaß bis jetzt! Wir sind ja auch noch nicht gestorben! Warte mal ab! Wenn wir 20.000 Mal sterben, weil irgendwas eine Krankheit kommt oder so? Dann sieht die Sache wahrscheinlich anders aus! Kann man hier was grillen? Nein! Kann man nicht! Durchsuche das Gebiet nach dem Schatz! Ja, aber nicht dieses Gebiet hier! Da ist was anderes mit gemeint! Okay, ich weiß auch nicht, wie man speichert! Von daher weiß ich nicht, wie das dann aussieht mit der Aufnahme, mit der Serie, dass die auch schön nahtlos wird! Aber hier ist doch so viel zu essen! Ich sehe hier Karotten! Das Pferd isst doch bestimmt auch gerne mal was! Hier Fleisch liegt hier rum, Zigaretten! Ach, da! Nehmen! Gewürze und so'n Zeug! Brotkanten haben wir genommen! Länger gedrückt halten eher! Okay! Vielleicht können wir das killen, dass es dann nachher schneller geht mit dem Aufnehmen! Das finde ich gut! Ein Stück Käse! Also ich finde es auch gut, dass das hier angezeigt wird, was man da aufgenommen hat! Gemahlener Kaffee, der ist bestimmt total viel wert! So was kannten die doch hier gar nicht! Cracker! Mh, lecker für unterwegs! Okay, das mit dem Aufnehmen ist ein bisschen mühselig, muss ich sagen im Moment! Ah, hier sind doch noch Dosen! Also wir wissen, aber das finde ich gut! Dass da jetzt keine Kontur drum ist oder so, das würde die Stimmung verderben! Also das gefällt mir sehr gut! Das ist auch bei miscreated glaube ich, ist das auch so! Da muss man auch gucken! Aber nachher hat man ein Auge dafür und sieht ganz genau, wo Dosen sind und so! Aber hier ist doch ein ganzes Fass voller Äpfel oder sowas! Kürbisse oder so! Ja gut, ich denke die erste Premieren-Folge, in der sollte es eigentlich ja nur so ein bisschen um die Charakter-Erstellung gehen und... Genau, ich denke es wird ja noch eine zweite Premieren-Folge wenigstens geben. Ja, aber wenn es so weiter geht jetzt mit den Abstürzen, gerade ist es nämlich wieder weg gewesen. Ähm, wenn es so weiter geht, dann... Also die Aufnahme ist schon wieder beendet worden. Dann ergibt das ja keinen Sinn, daraus eine richtige Serie zu machen. Dann machen wir vielleicht irgendwie mal einmal die Woche oder so eine Folge... Ich glaube der Titel ist auch nicht so lang, habe ich gelesen in den Kommentaren. So drei, vier Folgen, 20 Minuten und dann ist man durch wahrscheinlich. Ja, wie auch immer. Die erste Premiere-Folge soll es dann jetzt gewesen sein. Das heißt, ich darf mich an dieser Stelle bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ich bedanke mich recht herzlich auch bei der Mitarbeit der Moderatoren hier im Chat in der Premieren-Folge. Und wie auch immer machen wir noch eine zweite Premieren-Folge, in der wir dann ein bisschen mehr vom Titel sehen. Wie gesagt, das erste war jetzt nur erstmal die Charakter-Erstellung. Darum ging es mir vor allem um unsere gute Lucrezia, die ja doch ein bisschen was von einer Indianerin hier hat, wie ich finde. Wenigstens die Zöpfe. Hey, wir können sogar so gucken. Ja, das werden wir alles noch rausfinden demnächst, wie man hier gucken kann. Das ist ja interessant. Ich wollte jetzt eigentlich... Genau, das wollte ich einmal haben. Oh, wir sind ja blutbeschmiert. Nein, jetzt ehrlich. Da muss man sich wirklich waschen und so. Das finde ich ja genial. Das könnte Spaß machen. Ja, das sollten wir auch. Wenn wir einen Fluss sehen, dann springen wir da gleich rein. Hoffentlich ist es nicht zu kalt. Vielen Dank also für die Mitarbeit auch an die Moderatoren. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachège. Nach Freiheit. Und bis zum nächsten Mal. Nach Olivier. lio-Laamped Zwaasli.